Bevor wir nach Dujar reisen, möchte ich mich erst mal wieder hallen. Und da ich eine Zeit nicht gespielt habe, muss ich ganz kurz mal schauen. Den langen Bogen, ne? Den wollten wir behalten, ne? Aber den Gürtel, die zwei Gürtel könnten weg. Und? Bitteschön, seht ihr es? Ja, die Falle, ne? Ist ja Falle, oder? Ja, die kann auch weg. Halltränke haben wir auch nicht mehr so viel. Wie sieht es mit Zaubertränken aus? Auch nicht die Welt. Warte mal, gehen wir rüber auf Items. Schwache Einhaber. Meisterlicher, denn... Nicht so gerne, ne? Fränkel ist natürlich dabei. Ach hier, noch ein Langschwert. Kann auch noch weg. Oh, noch mehr Langschwert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich blicke mir hier nicht durch, ne? Oh, Parade ist gut. Aber ist der Initiative, wer sinkt, weiß nicht recht. Ich mag eigentlich nicht sein, Initiative, wer sinken lassen. Parade geht aber ganz schön rauf, ne? Wäre nicht so schlecht, unser Panzer. Aber dafür verliert er eine Attacke. Ach, nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ähm... Eine Klinge oder zwei? Zwei. Was habt ihr anzubieten? Immer zwei. Außerdem... Ach, hier müssen wir... Ach Gott, ach Gott. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr wisst, was ich jetzt mache. Leider. Und ich habe wieder keine Ahnung, was ich schon gemacht habe, was nicht, weil ja dazwischen immer doch ich mit Skyrim ein bisschen abgelenkt bin. Ja, dann, äh... Wir werden... Die Knochen... Hiebwaffe. Es ist ja groß. Hammerschlag. Fünf bis zehn. Magischer Schaden. Moment mal. Das sind ja auch nur Hiebwaffen, ne? Das mag zwar seine heißgeliebte Axt sein, aber... Na? Ihr versteht. Magischer Schaden. Lautes solchen... Soll ich Zeugs, ne? Dein Lindwurmschläger... Es tut mir leid. Der kann dir so heißgeliebt sein, wie du willst. Der ist weg. Der ist einfach mal weg. Futsch. Ich sag's, wie es ist. Die vier Goldstücke, die brauche ich. So, lang... Ja, ich weiß nicht. Ach, weg. Was weg ist, ist weg. So, Pfeiler. Jupp. Langschwert weg. Kurzbruch. Großes Schild. Alles klar. Und dann das. Rüstung. Das gibt auch noch mal ein bisschen Kohle. Items. Glaube ich... Achso, doch. Die Falle. Wo ist er? Hier. Ach, naja. Was ist zwei? Ja. Zwei. Kannst du uns der schwarze Metall nicht irgendwie... Hm? Okay. Bis dann. Bis dann. Äh... Ich dumm Kopf. Ja, ich geh ab da raus. Ich bin ja schon raus. So. Du kennst dich aus. Willkommen im Rauschen. Wie kann Ossip euch helfen? Ja. Die Wanzen werden euch lieben. Hm. Hm. Einen anderen Spruch mal? Komm, so drei, vier andere Sprüche. Wäre doch auch mal nicht schlecht. Woran mit euch? Auch mit euch, mein Freund. Für den Preis geben wir euch gerne den Gruß. Ach, hier hinten. Moment mal. Händler. Hast du zufälligste, weil du hast? Na, passt auf. Wir haben ja jetzt nicht mehr die Welt an Heil trinken. Nehm ich nur noch einen. Dann. Na ja, es gibt ja nur zwei. Und ein Zaubertrank. Hm. Ein. Damit wir wenigstens ein bisschen ein kleines... Aber ihr seht mal, ne, wie schnell... Wie schnell unser Gold, unsere Dukaden dahin schwinden. Man kann es nicht anders sagen. Sie schwinden. Das war ja auch eine Lehrmeisterin, ne? Die Tulefa Alkira. Ich schaue aber erst nochmal rein. Und zwar bei unserer Freundin in Zauberei. Der haben wir gesagt... Gesagt... Raserei wäre nicht schlecht. 13. Immun gegen Wunden. Nicht schlecht, ne? Aber Zonderelemente, das ist natürlich cool, das Ding hier. Habe ich das schon auf? Ne. 18. Radius niederwerfen. Nicht so schlecht, ne? Echsen-Speichel. Gliederschmerzen, ja. Paralyse ist starr wie Stein. Das Opfer wird kurze Zeit. Immun gegen Wunden, ja. Starr wie Stein. Starr wie Diamant. Ah, nicht schlecht, ne? Finde ich. So, mal zumindest auf 8 drauf, oder? Ah, es gibt hier so viel schönes Zeugs. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Gibt es da eigentlich auch klar rum, bum, 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 bum. Das müssen wir lernen, ne? Das hebt immerhin die Wehr. Ah, Gifte auf, ne? Aber ich kann's ja auch, ach man, ich müsste so viel steigern. Mist. Die Schattenkriegerin. Die könnten wir auch mal... Die war gar nicht so schlecht. Was hat denn die auf 13? Er schafft Schattenwesen mit dem Werden des Zaubernden. Hai, jai, 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 und dai, und jai. Pass auf, wir machen das doch mal hier auf 8. Gut. Soweit. Und ich wollte doch mal was bei Talente. Talente. Talente? Kriegskunst. Habe ich doch was gelesen? Ah, dass es gut ist. Ja, nee. Gassenwissen. Geschwindigkeit. Plus 1, plus 2 für alle Kämpfe in Städten. Wann kämpfen wir denn mal in Städten? Preise für Gasthäuser sinken um 30%. Hm. Sinken um 10%. Ja, aber so teuer sind die Nummern. Sonst ist das jetzt hier... Selbstbeherrschung. Du bräuchst es eigentlich nur noch 3. Sinnesschärfe braucht es ja nur 1. 250 hat es ja nur noch... 250. Körperkraft bestimmt nicht. Jetzt kann ich noch mit Waffentalente bogen. Noch ein bisschen hoch. Setzen wir das noch ein bisschen hoch. Tück. Und tück. Warte mal kurz. Nee. Nee, warte mal. Wir machen mal... Ähm... Astralpunkt. Oh, die kosten jetzt... Ja, Astralpunkt-Erhöhung kostet jetzt auch einiges, ne? Dann kann ich hier wahrscheinlich Go-Nix mehr machen, ne? Ah, halt! Nein, halt. Aurelia braucht man. Äh, Talente. Äh, Waffentalente. Äh, Bogen. Äh, Go-Nix. Ach, supi. Gut. Dann. Get-Bin. Hm. Wer war das? Du? Nee. Dakati, ne? Dakati hat schon 2. Und da haben wir gesagt, den wollten wir noch ein Talent hochhauen. Und zwar das hier. Das machen wir auch jetzt. Ja. Ja, aber Moment mal. 2 von 3 Kampf... Ach, Nahkampf! Ah! Ich bin ja so ein Idiot. Ach, bin ich ein... Aaaaaah! Man muss auch... Wer lesen kann, ist schwer im Vorteil. Das sind verschwendete Punkte. Blöden Wurfwaffen. Die sollte man mal anbinden. Blöden Wurf... Ah, das ärgert mich jetzt wirklich massiv. Die eigene Dummheit. Ah, das ist für's Killed. Dumm! Hoch 3. Dumm, 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 hoch 3. Also... Dümmer geht's nimmer. Ach, das ärgert mich. Ärgert mich massiv. Absolut ärgert mich das. Tö! Körperherrschung. Das ärgert mich wirklich sehr. So, machen wir noch die Körperherrschung hoch. Und ein bisschen Magierresistenz. Und gut ist es. Oh, das ärgert mich so sehr. Das glaubt doch gar nicht. Das müsst ihr... Das müsst ihr jetzt ausbaden. So, aus. Ja. Nun jetzt. Nun jetzt. Immer noch am Leben. Nicht mehr lange. Kampfübung. Könnt ihr uns noch etwas beibringen? Eine Kampfübung. Ähm, ausweichen. Ja. So, warum nicht, ne? Äh. Gegner leiden einen Malus auf Passierschläge? Nicht so schlecht, ne? Aber auch nicht so gut. Passierschlag. Den könnten wir eigentlich auch so einen Passierschlag geben, ne? 200. 200! 200! Obwohl, ausweichen, das gefällt mir ganz gut. Ausweichen gefällt mir sogar richtig gut. Um nichts zu... Oh, da können wir hier nochmal ausweichen machen. So, jetzt ist der Ausweich Künstler. Jetzt könnten wir ihm sogar noch den Passierschlag geben. Oder... Ist das Tragen von schweren Rüstungen gewohnt? Jo. Warum denn das noch? Nee. Ist das eigentlich eine schwere Rüstung, die er hat? Was ist denn das, was du da trägst? Ist das jetzt eine schwere, mittlere Rüstung? Oder gar keine Rüstung? Oder... Blickig, weiß ich... So eine mittelschwerere, ne? Hätte ich jetzt gedacht. Also die schweren, das ist ja das, was hier Naurim anhat. So, diesen... Na, das sieht hier aus. Was hat er denn für Behinderung, Katrin? Null. Null? Nachdem alle, null. Ja. Ich blick da sowieso nicht durch. Mit den Behinderungen. Oder? Quatsch, oder? Ähm... Get win, halt. Moment. Nee, get win, nicht. Wir könnten ja noch einen gezielten Schuss geben. Ähm... Ähm... Nee, dann. Erstmal nicht. So, der Passierschlag wäre nicht schlecht. Hm. Wäre nicht so schlecht. Lebenspunkte vielleicht? Oder... 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 Fingerfertigkeit. Nicht unbedingt, ne? Charisma. Nee. Intuition. Beeinflusst. Parade. Fernkampf. Grundwerte. Ausweichen. Astralinitiative. Und... Und... Initiative. So schlecht ist... Intuition. Na, nett, ne? Obwohl ich ihm gern noch ein bisschen Körperkraft geben würde, weil der schlägt immer so wenig zu. Wird er nochmal die Attacke erhöhen, ne? Hm. Hm. Wollen wir nochmal einen? So einen letzten. Na, in Körperkraft. Gewandtheit haben wir da eigentlich schon ziemlich viel Mut auch. Und dann Intuition rauf, ne? Na gut. Na gut. Dann. Nächster. Naurim. Ähm. Ja. 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 Weithändiger Kampf am Gotteswillen. Ausweichen. Warum nicht, ne? Befreiungsschlag. Ach so, du kannst... Wenn du das eine hast, kannst du das andere nicht. Oder der Lehrmeister kann das ja nicht. Das ist immer sehr... Merkwürdig. Ja. Was ist das nochmal hier? Finte. Eine angetäuschte Schlag. Ja, ja. Finte. Ja, aber... Passt ja nicht zu lernen. Ja, in Liebe nochmal ausweichen. Was soll's. So, vielleicht hilft's hier was. Ähm... Und was könnten... Den könnten wir auch nochmal Körperkraft geben, ne? Als letztes. Dann hätte es 16. Und dann könnte man da auch Intuition mal... Jo, nochmal auch. Körperkraft nochmal. Okay. So, Zorbaran. Zauber natürlich. Da haben wir gesagt, sein Balsam Salabunde ist noch nicht so das, was wir gerne hätten. Er ist jetzt... Der ist ja nicht mal auf 13. Ach, er hat 12. Dann machen wir erstmal auf 13. So. Jetzt kann ja der Balsam... Schon mal allerhand machen. Dann. Dann, 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 dann. Das haben wir auch noch nie benutzt, ne? Ach so, die Alkane Wand. Die wollten wir erhöhen, ne? Versuchen wir's mal. Naja. Reicht noch nicht. Aber. Aber. So, Magieresistenz ein bisschen noch rauf. Man weiß ja manchmal nie, auf wen man trifft, ne? Und das hat uns manchmal schon fast das Leben gerettet. So, das war's. Na? Schon wieder. Na? Nach einer halben Stunde. Ich mag noch nicht in der Arena. Die Krokodile, die... Die deprimieren mich. Ich bin sowieso schon echt deprimiert. Ähm, wohin jetzt? Was haben wir denn noch? Das Schwein wissen wir nicht, wo das Schwein ist. Ach ja, wir müssen zu den Füchsen zurück. Arena, die Schreiner der Götte wissen wir auch nicht. Ja, da gehen wir nochmal nach Dujara. Schauen wir mal, was die fliegenden Füchse so machen. Ach, fliegende? Fliegende Füchse waren's. Die sind entweder verrückt oder genial. Auf alle Fälle sind's Bandinnen. Eindeutig. Verbrecher. Halsabschneider. Haben wir noch Worte dafür? Halsabschneider.